Ich habe letzte Woche mal wieder auf Gotlerum gestöbert, um mich inspirieren zu lassen und natürlich bin ich fündig geworden. Und zwar habe ich diese Webseite entdeckt. Sie heißt Phantom und neben den Scroll-Animationen, die auf dieser Webseite wirklich, wirklich cool sind, hat mich vor allem das Menü hier oben wirklich beeindruckt. Und zwar habe ich hier vier Menüpunkte. Diese sind nicht wirklich speziell und wenn ich mit der Maus darüber gehe, sehen wir, dass wir ein neues Icon sehen. Wenn ich mit der Maus jetzt durch das Menü durchgehe, sehe ich, dass mir der Hintergrund folgt und das Icon sich immer richtig schön einblendet. Ich finde, dadurch gewinnt das Menü richtig an Dynamik und ist auch einfach zu bedienen. Ich habe außerdem ein Submenü, also es ist auch funktional. Und wie man dieses einfache, aber meiner Meinung nach dennoch richtig coole Menü bauen kann, das gucken wir uns im heutigen Video an. Also los geht's. So, dann legen wir mal los mit dem Erstellen unserer Navigation. Grundsätzlich ist das meine Standard-Entwicklungsumgebung. Ich habe die Index-HTML hier schon offen. Wir benutzen gleich auch ein bisschen die Style.s CSS und alles andere, was ihr hier in meiner Standard-Umgebung findet, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Der Editor, den ich benutze, ist Visual Studio Code und das Einzige, was heute anders ist als sonst, ist, dass hier meine Live-Demo nicht vorhanden ist, weil das einfach nicht einfach umsetzbar war mit einem horizontalen Menü. Grundsätzlich erstellen wir uns jetzt als erstes eine Navigation mit einer Unordered-List und hier drin erzeugen wir uns jetzt vier Menüpunkte. Natürlich können wir damit jetzt noch nicht viel anfangen, weil da muss ja etwas drinstehen. Das ist zum Glück schnell gemacht und so würde ein Menü aussehen, allerdings nicht wirklich funktional sein. Was nämlich jedes Menü braucht, sind wirkliche Links, damit wir da auch irgendwas mitmachen können. Grundsätzlich haben wir so unser Menü fertig, allerdings auch noch nicht abschließend, weil wir brauchen ja auch noch unsere Icons. Dabei handelt es sich bei mir um einfach vier Bilder, die ich direkt von CodePen, wo die Live-Demo sich befindet, mir ziehe und dann hier darstelle. Und zwar haben wir hier unsere vier Menüpunkte sowie unsere Icons. Das ist also schon mal gut. Was wir jetzt allerdings brauchen, ist ein bisschen mehr Styling. In unserer Style.s CSS erzeuge ich mir jetzt erstmal zwei CSS-Variablen, nämlich einmal eine Schriftfarbe und eine Hintergrundfarbe für unser Highlighting. Das nächste, was ich mache, ich erzeuge mir meine Navigation und sage, dass hier Flex genutzt werden soll. Und wir machen dann direkt weiter mit unserer eigentlichen Liste. Das erste, was wir in unserer Liste machen, ist, wir negieren die Abstände, also Innen- und Außenabstand und sorgen dafür, dass alle Listenpunkte nebeneinander in einer Reihe, also in einer Row, mit dem Abstand von einem Rem sich anordnen. Unsere einzelnen Listenpunkte hingegen sollen keinen List-Style haben. Und jetzt können wir direkt weitermachen mit den jeweiligen Link-Elementen, wo wir einfach sagen, dass der Content innerhalb unserer Links sich auch mit Flex-Row anordnen soll und alles schön zentriert sich in der Mitte befindet. Außerdem sorge ich dafür, dass wir eine Schriftgröße vergeben, eine Schriftfarbe und dass der Cursor zu einem Pointer wird. Und wir wollen ja, dass bei einem Mouse-Over-Event unser Hintergrund diese leicht violette Farbe bekommt. Das Ganze speichern wir jetzt mal ab und gucken uns das im Browser einmal an. Wir sehen, unsere Menüpunkte haben sich jetzt schon richtig angeordnet und wenn ich mit der Maus hier hintergehe, sehen wir auch, dass wir diese leicht violette Farbe bekommen. Allerdings haben wir noch nicht so viel Ähnlichkeit mit dem, was wir eigentlich erzielen wollen. Wie wir sehen, die Icons sind eigentlich gar nicht sichtbar. Wenn ich mit der Maus hier rübergehe, slidet das so mit und vor allem ist hier auch Abstand. Das sollten wir noch alles einmal hinzufügen. Kümmern wir uns als erstes mal um den Abstand. Das machen wir mit einem Innenabstand auf unsere einzelnen Links. Außerdem wollen wir ja, dass diese Links einen Border-Radius besitzen. Das machen wir einfach mit Border-Radius 3 Rem. Und wir sagen, dass es eine Mindestweite gibt für unsere Icons bzw. für unsere Links. Das sind 7 Rem. Wenn ich das Ganze jetzt abspeiche, sehen wir, dass unsere Menüpunkte weiter auseinander liegen. Und wenn ich jetzt hier rübergehe, haben wir schon mal so eine korrekte Form im Hintergrund. Allerdings haben wir noch irgendwie nicht das richtige Verhalten mit unseren Icons, weil die sollen ja eigentlich gar nicht zu sehen sein. Und das ist das nächste Kapitel. So betrachten wir noch einmal unser Menü. Wenn ich mit der Maus hier rübergehe, wird unser Support so ein bisschen rübergedrückt und das Icon hier wird sichtbar. Es ist eigentlich klein und nicht sichtbar und nimmt hier Platz weg. Also irgendwas schiebt sich hier rein und verändert sich. Aber wie können wir das genau darstellen? Wir wissen ja, dass innerhalb unseres Links unser Icon angeordnet ist im HTML-Code. Das bedeutet, wir können hier sagen, wir definieren uns eine Größe, also eine Weite und eine Höhe. Und können jetzt sagen, dass unser Icon standardmäßig einfach nicht sichtbar ist, also Scale 0 bekommt. Damit hat es keine Größe mehr und wir wollen aber, dass es gleichzeitig auch keinen Platz einnimmt, weil Scale ist ein sogenannter Transform-Operator. Das bedeutet, dass das Icon weiterhin zu sehen ist. Wenn ich das jetzt abspeichere und wir uns das im Browser einmal ansehen, sehen wir, dass hier das Icon wirklich etwas bewegt. Also es kommt wieder zurück in den Raum geflogen. In unserer aktuellen Version, wenn ich hier reingehe, passiert gar nichts, weil das Icon hier immer noch ist. Es wird nur nicht mehr angezeigt. Um das jetzt zu erzeugen, müssen wir das ein bisschen kreativ lösen. Und zwar sagen wir, dass wir einen negativen Margin zur rechten Seite haben. Wenn ich das jetzt abspeichere und ich hier reingehe, sehen wir, dass unser Lern direkt in der Mitte ist. Also wir haben keinen Abstand mehr, wo das Icon eigentlich wäre, weil wir einen negativen Margin, einen negativen Außenabstand benutzen. Das Schöne, was wir jetzt machen können, ist, wenn wir einen Mouse-Over über unserem LI haben, können wir unser A-Element ansprechen. Hier drin das Image. Und hier zum Beispiel sagen, wir haben jetzt einen Scale von 1 und keinen negativen Außenabstand mehr, sondern einen wirklichen Außenabstand von 0.5 zur rechten Kante. Wenn ich das jetzt abspeichere und ich mit der Maus hier rüber gehe, sehen wir, dass unser Icon sichtbar wird. Allerdings springt es noch. Und das sollten wir noch mal verhindern. Hierfür wählen wir noch einmal unser Icon, also unser Bild aus und fügen uns einfach eine Transition All 350 Millisekunden Ease In Out Funktion hinzu. Die jetzt dafür sorgt, dass unser Icon sich korrekt animiert. Allerdings sehen wir hier noch einen Fehler. Ihr seht, wo der Ursprung des Icons, also der Icon Animation ist. Und wenn wir das mal vergleichen mit unserer wirklichen Version und ich hier drüber gehe, sehen wir, dass das Icon hier richtig schön aus seiner Mitte animiert wird. Und hier jedoch so von der rechten Seite reingeflogen kommt. Und das müssen wir noch auch negieren und verhindern. Das Ganze ist zum Glück nicht schwer. Wir müssen nämlich nur ein Origin, also ein Transformation Origin vergeben. Das ist der Ankerpunkt, von wo animiert wird, von wo unser Scale animiert wird. Das ist in unserem Fall Minus 0.4 Rem und von oben 50 Prozent, also genau in der Mitte. Das speichern wir jetzt mal ab. In dem Moment, wenn ich jetzt hier rüber gehe, sehen wir, dass unser Effekt, wenn ich hier mit der Maus über unsere Menüpunkte gehe, jetzt schon korrekt aussieht. Also wenn ich das mit unserem Vergleich bewerte, sehen wir, das Ganze sieht schon sehr ähnlich aus. Allerdings haben wir hier ein Problem. Und zwar, wenn ich mit der Maus hier rüber gehe, dann folgt mir ja dieser Hintergrund. Und hier ist es einfach nur so, dass wenn ich hier reingehe, dann springt der einfach mit, aber er folgt mir nicht. Und wie wir das lösen können, müssten wir uns jetzt mal im Detail ansehen. Dann zerlegen wir doch mal unsere Animationen, die einzelnen Steps. Ich gehe mit der Maus hier rüber und in dem Moment wird dieser Hintergrund animiert. Also ich habe hier eine Hintergrundfunktion, die mir diese runde Box mit diesem violetten Farbenton erzeugt. Aber wie genau verhält sich das dann? Wenn ich über den nächsten Menüpunkt gehe, folgt mir das. Aber mit so ein bisschen Abstand. Also wir haben hier so einen leichten Delay, dass das so ein bisschen mehr Dynamik bekommt, ein bisschen mehr so ein Magneteffekt und nicht direkt so ein, ich springe dir hinterher mäßig. Grundsätzlich können wir das ziemlich einfach mit Transform umsetzen, würde ich sagen. Aber wie kriegen wir das denn hin, dass so ein Element im Hintergrund uns folgen kann? Und dafür sollten wir jetzt mal uns mit Position Absolute und dem Z-Index auseinandersetzen. Denn der Schlüssel zu diesem Effekt ist, dass wir gar keinen Hover auf unserem eigentlichen Link-Element haben, sondern wir haben ein ganz neues HTML-Element. Und zwar innerhalb unserer Navigation haben wir eine Div-Box mit der Klasse Slider. Diese Div-Box sehen wir ja aktuell noch gar nicht und das sollten wir jetzt erstmal ändern. Und zwar sage ich, diese Div-Box ist genauso weit wie einer unserer Menüpunkte, genauso hoch wie unser Menü und hat die Highlight-Farbe als Hintergrund. Allerdings muss ich sagen, ich sehe unseren Slider aktuell noch gar nicht und wenn ich hier reingucke, dann sehen wir, dass unser Slider zwar vorhanden ist, also die Div-Box existiert, aber ihr seht, wir haben noch keine Höhe. Um diese Höhe jetzt hinzuzufügen, fügen wir unserem Slider ebenfalls noch ein Position Absolute mit Top-Left 0 und damit das Ganze auch schön rund führt, ebenfalls noch ein Border-Radius hinzu. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und ich mir hier angucke, sehen wir, der Slider ist da, allerdings komplett falsch und komplett zu groß, irgendwie einfach nicht richtig. Und das liegt daran, dass sich unser Slider, den ich hier erzeugt habe, gerade an dieser oberen Ecke in unserem Screen ausrichtet und nicht an der oberen Ecke unseres eigentlichen Menüs. Um das zu erzeugen, müssen wir unserer Navigation ein Position Relative hinzufügen. Jetzt sehen wir, unser Slider hat sich korrekt angepasst und befindet sich jetzt an der richtigen Stelle. Allerdings haben wir noch ein Problem und zwar liegt unser Slider gerade über unserer eigenen Navigation und das können wir mit Z-Index steuern. Also die verschiedenen Ebenen unseres HTML-Templates können wir mit Z-Index beeinflussen. Und zwar sorge ich dafür, dass unser Slider Z-Index 1 bekommt und unser eigentliches Menü, also unsere Unordered List, bekommt Z-Index 2 und ganz wichtig Position Relative, damit auch hier der Befehl Z-Index funktioniert. Wenn ich das jetzt abspeichere, ist unser Slider im Hintergrund und unser eigentliches Menü-Element ist wieder im Vordergrund. Und wenn ich jetzt mit der Maus hier rübergehe, sehen wir, unser Security verhält sich schon so wie unsere eigentliche Demo, wenn ich hier rübergehe. Grundsätzlich haben wir jetzt aber das Problem, dass unser Slide-Element uns noch nicht folgt und es permanent zu sehen ist. Und das sollten wir als nächstes einmal ausschalten. Das können wir zum Glück sehr einfach in SCSS lösen und zwar sagen wir, wir haben Opacity 0. Und in dem Moment, wenn wir mit der Maus über unserer Navigation sind oder einem seiner Schaltelemente, wollen wir Opacity 1 hinzufügen. Allerdings, wenn ich mit der Maus hier rübergehe, sehen wir, dass der Hintergrund noch so ein bisschen sehr springt, dadurch, dass das direkt eingeblendet wird. Wir wollen so einen leichten Fade-Effekt da drin haben. Hierfür muss ich mir jetzt einfach nur einen Transition Opacity 250 Millisekunden Ease-Befehl hinzufügen. Und wenn ich jetzt mit der Maus hier rübergehe, wird es leicht eingeblendet und verhält sich einfach deutlich schöner und deutlich dynamischer. So, aber das größte Problem fehlt uns immer noch. Wenn ich mit der Maus jetzt über einen anderen Menüpunkt gehe, folgt uns dieses Element nicht mehr. Und das sollten wir unbedingt noch hinzufügen, weil so können wir es ja nicht benutzen und nicht lassen. Aber wie genau funktioniert das? Wenn ich mit der Maus hier rübergehe, ist es direkt da. Also ich sehe keine Animation. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir uns merken müssen, weil das müssen wir gleich beheben. Und wenn ich hier rübergehe, dann folgt uns das mit der Maus. Grundsätzlich haben wir also einen Effekt, wo wir eine Position bestimmen müssen. Hierfür hat CSS zwar Mittel und Möglichkeiten, die in Zukunft irgendwann mal kommen. Dazu gibt es dann ein dediziertes Video. Aktuell ist das aber noch nicht möglich und wir müssen auf JavaScript zurückgreifen. So, das erste, was wir in JavaScript machen müssen, ist unsere Navigationselemente zu erstellen mit Document, Query Selector, Nav, UL, LI. Damit haben wir unsere LIs selektiert. Außerdem brauchen wir unsere Navigation allgemein. Das machen wir über Nav, Document, Query Selector, Nav. Und dann natürlich noch unser eigentliches Slider-Element, also was wir später bewegen wollen, mit Slider, Document, Query Selector, Punkt Slider, also die CSS-Klasse Slider. Das nächste, was wir machen, ist, wir nehmen alle unsere Navigationselemente und gehen in einer ForEach-Loop über jedes Element einmal rüber. Hier drin erzeugen wir uns jetzt über Element, Add Event, Listener, Mouse, Enter ein Event und könnt jetzt hier hingehen und sagen Slider, Punkt Style, Punkt Translate und sagen einfach 100 Pixel und 0. Wenn ich das Ganze so lasse und abspeiche und ich jetzt über unsere Demo drübergehe, sehen wir, dass unser Hintergrund-Element sich bewegt hat. Also ich kann jetzt mit JavaScript das Ganze schon mal steuern, aber wir brauchen jetzt ja die Position unserer einzelnen vier Elemente, immer wenn ich mit der Maus darüber gehe. So, aber woher bekomme ich denn diese Position? Grundsätzlich benutzen wir dafür unser Element, also das aktuelle Element, wo wir mit der Maus rübergegangen sind und ziehe mir hier die Funktion GetBoundingClientRectangle und kann hier die X-Position mir aus dieser Funktion rausziehen. Was ich jetzt hier machen kann, ist diese X-Position benutzen, um meine eigentliche Positionierung vorzunehmen. Ich speichere das Ganze mal ab und gucken wir uns doch mal an, was jetzt passiert. Wenn ich mit der Maus jetzt hier rübergehe, sehen wir, das springt schon mit, allerdings haben wir ein Problem. Und zwar die X-Position zum Beispiel von diesem Learn-Element richtet sich nach diesem Punkt hier aus. Das Problem ist aber, dass zusätzlich eine Positionierung unserer Navigation fällig wird. Also wir müssen den Punkt unserer Navigation, der sich hier befindet, von der Position unseres Learn, unseres einzelnen Elementes abziehen. Was wir hier jetzt sehen ist, ich habe mir noch einmal die X-Position geholt über Navigation.getBoundingClientRectangle, aber unserer Navigation. Und was jetzt nicht mehr funktioniert, ist die Zuweisung dieser beiden Variablen, weil wir können nicht zweimal die Variable X haben. Zum Glück können wir in JavaScript das Ganze leicht umgehen und können das jetzt als neue Variable zuweisen. Und was wir jetzt machen müssen, ist, wir nehmen die Positionierung unseres Elements und ziehen einfach die Position unserer Navigation davon ab. Das Ganze speichere ich jetzt einmal und gucken wir uns mal im Browser an. Hier sehe ich jetzt, wenn ich mit der Maus hier rübergehe, dass unser Element uns jetzt folgt, also hinterher springt, aber sich noch nicht animiert. Also wir haben die Positionierung richtig berechnet, allerdings haben wir noch keine Animation hier drin. Das können wir aber einfach lösen, weil wir haben ja hier Opacity als Transition gewählt und können das Ganze jetzt ja mal ersetzen über Transition All. 350 Millisekunden Ease In Out, das speichere ich jetzt mal ab. Und wenn ich mit der Maus jetzt hier rübergehe, sehen wir, dass sich das wunderbar animiert. Allerdings, wenn ich jetzt hier auf Learn bin, ist die Positionierung unseres Elementes gesetzt und wenn ich jetzt über Support gehe, slidet das erst dahin. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht haben wollen. In unserer Demo, wenn ich hier reingehe, bin ich direkt über Learn gefokust und hier direkt bei Support. Diesen Effekt müssen wir jetzt noch einmal korrigieren, weil das, was wir gerade gemacht haben, ist ein bisschen falsch. Und zwar muss hier unten Transition Opacity einfach stehen bleiben. Wir dürfen hier also nicht Transition All drin haben. Was wir machen wollen, ist, wir wollen erst eine Animation auf unseren Slider auf Transition vornehmen, in dem Moment, wenn er wirklich die Positionierung vorgenommen hat. Das bedeutet, wir erzeugen uns hier oben auf unserer Navigation einen weiteren Klassenselektor, nämlich Animate. Also wenn unsere Navigation die Klasse Animate bekommt, dann wollen wir unseren Slider mit Transition All 350 Millisekunden Ease In Out versehen. Und jetzt müssen wir irgendwie dafür sorgen, wie kriegen wir denn hier eine Animate-Klasse drauf. In unserer JavaScript-Datei fügen wir jetzt zwei weitere Eventlisten hinzu auf unsere Navigation, nämlich einmal Mouse Leave und Mouse Enter. Beim Mouse Leave füge ich jetzt diese Zeilen zu, wo ich sage Navigation Classless Remove Class Animate und beim Mouse Enter füge ich diese Klasse hinzu über den Operator Add. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere und mir im Browser mal die Konsole aufmache, sehen wir hier unser Navigationselement und wenn ich mit der Maus darüber gehe, sehen wir, dass jetzt unsere Navigation die Klasse Animate bekommt. Und wenn ich unsere Navigation verlasse, wird diese Klasse wieder entfernt. Das Ganze funktioniert allerdings noch nicht so, wie wir das vorhaben, weil wir wollen einen kleinen Delay erzeugen beim Hinzufügen unserer Animate-Klasse. Das können wir zum Glück einfach mit einem Set Timeout machen mit 50 Millisekunden. Wenn ich das jetzt abspeichere und ich im Browser jetzt über unsere Navigation gehe, sehe ich, dass unsere Klasse erst 50 Millisekunden nachdem hinzugefügt wird, nachdem unsere Positionierung berechnet wurde. Das bedeutet, ihr seht, wenn ich jetzt hier reingehe, sehe ich, dass das immer direkt gefokust wird. Wenn ich aber so bewege, folgt uns das. Das ist also schon mal wunderbar und wir können darüber unseren Effekt abschließen. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist so ein bisschen so ein Delay zu fabrizieren, dass sich das auch so generisch verhält wie hier. Also, dass das nicht direkt uns folgt, sondern erst einige Millisekunden später. Und zwar ist das ziemlich einfach. Wir müssen hier oben nämlich nur sagen, in dem Moment, wenn Animate unsere Klasse Slider anspricht, dann wollen wir auch einen Transition Delay hinzufügen. Und in dem Moment, wenn ich jetzt hier rübergehe, haben wir so einen kleinen Verzögerungseffekt, dass das Ganze nicht direkt springt, sondern etwas später. Und wir haben jetzt schon ein richtig cooles Menü. Was uns jetzt allerdings noch fehlt, ist natürlich unsere Subnavigation, die wir jetzt noch nicht vorgenommen haben. Aber was meine ich damit? Hier in der Version habe ich ja bei Learn einen Untermenüpunkt, der so aufklappt. Also, wenn ich jetzt hier mit der Maus rübergehe, haben wir hier Untermenüpunkte, die sich aufklappen, wo ich als Nutzer irgendwas auswählen kann. So was müssen wir jetzt natürlich auch noch erzeugen. Und das ist der nächste Teil. Glücklicherweise ist so etwas wie ein Untermenüpunkt hinzuzufügen ziemlich einfach. Wir müssen nämlich einfach in unserem Listen-Element eine weitere Unordered-List hinzufügen mit wieder eigenen Menü-Elementen, mit wieder eigenen Links und Texten und so weiter. In diesem Fall ohne Icons. Wenn wir uns das Ganze jetzt aber ansehen, sieht das Ganze natürlich nicht wirklich richtig aus und wir sollten es erstmal korrekt positionieren. Glücklicherweise geht das Ganze ziemlich einfach. Wir müssen nämlich nur unsere Liste suchen, können hier unsere Unordered-List hinzufügen mit einer Positionierung Absolute und Top 110%. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, hat sich unsere Top-Navigation wieder korrekt formatiert. Allerdings unsere Sub-Navigation sieht noch ein bisschen falsch aus. Wir müssen nämlich hier als erstes dafür sorgen, dass wir überhaupt alles untereinander anzeigen, dass die Weite unserer Unterliste genauso weit ist wie unser oberer Menüpunkt, dass wir das Default-Margin einer Unordered-List entfernen, ein Border-Radius hinzufügen und eine weiße Hintergrundfarbe natürlich. In dem Moment speichere ich das Ganze mal ab und wir sehen, wir haben jetzt hier schon einen großen weißen Block. Das können wir aber noch besser machen. Und zwar können wir jetzt noch einen Abstand unserer einzelnen Menüpunkte sowie ein Padding hinzufügen und haben jetzt hier schon ein bisschen mehr korrekte Formatierung. Was uns allerdings fehlt ist, dass unsere Liste sich aktuell noch nicht richtig verhält. Also die Positionierung richtet sich aktuell noch nicht korrekt nach dem aus, was wir eigentlich vorhaben. Und das liegt daran, dass unser Listen-Element noch keine wirkliche Positionierung zulässt über Position-Relative, orientiert sich jetzt Position-Absolute an seinem wirklichen Parent. Und wenn ich das jetzt abspeichere, jetzt verhält sich das Ganze schon deutlich besser. Allerdings sehen wir, dass unsere einzelnen Texte noch nicht so aussehen, wie wir sie wirklich anzeigen wollen. Das liegt daran, dass die Formatierungen unseres Parent-Elementes hier oben, hier unten übernommen werden und das müssen wir jetzt einmal wieder zurücknehmen. Und zwar sage ich auch hier unsere Sub-Navigation, die Listen-Elemente sind 100%, haben List-Seilen an. Außerdem haben sie eine etwas andere Darstellung des Paddings, also des Innenabstandes und Margin halt auch 0. Und wir haben eine andere Formatierung unserer eigentlichen Links hier drin. Und zwar sagen wir, okay, unsere Links haben ebenfalls eine Weite von 100%. Allerdings bei Mouse-Over bekommt diese wirklich unsere Highlight-Farbe. Und deswegen bekommen sie natürlich auch von uns einen Border-Radius, der etwas kleiner ist als unser Border-Radius unserer Liste, damit das Ganze korrekt aussieht. Und einen Innenabstand von 0.5 RAM in beide Richtungen, beziehungsweise das können wir auch so schreiben. In dem Moment sehen unsere Texte korrekt aus und wenn ich jetzt mit der Maus hier rübergehe, sehen wir, das Ganze verhält sich auch wunderbar. Was uns jetzt allerdings noch fehlt, ist, dass das Ganze zuklappen kann. Weil wenn ich jetzt hier über Learn gehe, seht ihr, dass das Ganze aufklappt und das müssen wir natürlich auch noch erzeugen. Das ist glücklicherweise nicht schwer, weil wir machen das ein bisschen quick and dirty, indem wir einfach nur sagen Opacity 0 und Höhe 0. Außerdem müssen wir jetzt dafür sorgen, dass wir eine Animation erzeugen können. Das machen wir über Transition All 350 Millisekunden. Und wir sorgen dafür, dass alles, was außerhalb unseres Elementes ist, also alle Chiles, dass die abgeschnitten werden. Das machen wir über Overflow Hidden. Und das sorgt dafür, weil wir hier Höhe 0 bekommen, dass jetzt nichts mehr angezeigt wird. In dem Moment sehen wir, es wird nichts mehr angezeigt. Auch wenn ich jetzt hier rübergehe, sehen wir, es wird nicht hinzugefügt. Und das müssen wir jetzt einmal wieder hinzufügen, dass wenn wir mit unserer Maus darüber gehen, dass unsere Unterliste wieder angezeigt wird. Das Ganze können wir direkt hier mit an unserem Maus Over Befehl hängen, indem wir hier sagen UL mit Höhe 8.5 Rem und Opacity 1. In dem Moment speichere ich das ab. Und wenn ich jetzt mit der Maus hier rübergehe, haben wir eine wirklich schöne Animation, wo wir unsere einzelnen Untermenüpunkte sehen können. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Wir haben jetzt hier eine komplette Navigation, die sehr einfach nachzumachen ist und einen wirklich coolen Effekt auf eurer Webseite erzielen kann. Hat euch das Video gefallen, dann hinterlasst doch einen Daumen hoch. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao. Bis dahin viel Spaß. 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 Vielen Dank.